da draußen wie ich das Wetter so angucke es messert wieder entschuldigt wenn ich so grinse wenn ich das sage es ist total traurig eigentlich aber es ist ja normal das normale Realität haben wir jetzt irgendwie jede Woche oder jede zweite Woche dass wieder irgendwie abgestochen wird hier wieder so ein schönes Ding ich finde es ganz faszinierend nachdem wir gerade Berichte gehabt haben dass ich hier über die Flüchtlingsrouten Terroristen will einschmuggeln mit konkreten Anschlagsplänen haben wir jetzt hier so etwas aber natürlich kann ich euch gleich sagen es ist voll harmlos und es hat nichts mit nichts zu tun das können wir auf jeden Fall schon mal festlegen das ist schon mal sicher aber wir gucken nochmal rein wie wir auf die Idee kommen dass es so ist bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt sind am Dienstagabend mehrere Personen schwer verletzt worden das teilte ein Polizeisprecher in Duisburg mit die Hintergründe der Tat seien noch unklar merkt euch diesen Satz die Hintergründe der Tat seien noch unklar merkt ihn euch einfach bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt sind nach Angaben der Polizei am Dienstag mehrere Personen mit einer Stich- oder Hiebwaffe schwer verletzt worden es gebe bislang noch keine Informationen zur Zahl der Angreifer und Verletzten sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei Essen ich habe auf einem anderen Portal gelesen man vermutet Messer und Hieb und Machete wenn es schon so konkret ist wird man wohl wahrscheinlich ein Augenzeugen haben es hat mindestens einen Täter gegeben mindestens einen Täter wir wissen also noch nicht wie viele die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden Hintergründe der Tat seien noch unklar hatten wir eben schon die Ermittlungen dazu liefen noch demnach gegen die ersten Notrufe gegen 17.40 bei der Polizei Duisburg ein merkt euch diesen Satz ist noch unklar merkt ihn euch laut Schilderung eines DPA-Reporters waren schwer bewaffnete Spezialkräfte die Polizei vor Ort Augenzeugen seien in einem nahegelegenen Restaurant von der Polizei befragt worden berichtete er einer habe noch seine Sporttasche dabei gehabt sorry ähm der Augenzeuge? oder wer jetzt? also was ist das für ein Satz? war das eine Bedeutung? ob er die Sporttasche war oder nicht? war der jetzt drin? hat was gesehen oder wie? was ist das für ein Satz, Freunde? ganz ehrlich und ähm in anderen Zeitungen steht auch sie haben die Polizei die Scharfschützen vor Ort also schon schon eine grobe Nummer sag ich mal ähm im Zusammenhang mit dem Angriff fordert die Polizei die Bevölkerung auf den betreffenden Bereich um das Rathaus in der Innenstadt zu meiden ja guter deutscher Bürger bleibt am besten einfach zu Hause äh ach wartet mal Mensch hätten die es wie in Hannover gemacht siehe letztes Video die hätten einfach eine Messerverbotszone oder eine Verbotszone für gefährliche Gegenstände einrichten müssen ich vermute der Machete fällt da drunter obwohl es nicht klar definiert ist ähm einfach mal ein Video gucken also dann wäre das bestimmt nicht passiert Ironie off gut ähm also der gute Bürger bleibt eben einfach zu Hause und äh kann sich in seinem Land in seinem eigenen nicht frei befähigen und das jetzt mit einer gewissen Regelmäßigkeit ja aber wir wollen das so wir sind mit starken Kräften fort sagte ein Sprecher der ersten Polizei diese habe die Pressearbeit übernommen das Studio sei inzwischen gesichert zunächst hatte der WDR berichtet zwei Täter hätten in einem Fitnessstudio auf Besucher eingestochen ja am Ende ist es nur noch einer äh ein Einmann wahrscheinlich ähm äh so jetzt kommt das Interessante Bild berichtete die Polizei geht von einer Armoktat aus dennoch soll der Täter oder sollen die Täter noch auf der Flucht sein ach so nochmal ganz kurz ja hier nochmal ganz kurz um es nochmal zu zeigen die Hintergründe der Tatzeiten noch unklar ach so aber dass es Amok ist weiß ich Terror wird noch nicht mal erwähnt ne damit hier keiner die falschen Klüsse zieht oder irgendwas Dummes denkt und äh dass zwei Leute mit Messern und Macheten da irgendwo reingehen Leute abschlachten es ist ja nicht so dass es Schriften gibt die zu Terrorismus aufrufen von gewissen Organisationen die genau das in europäischen Staaten fordern weil es so einfach ist aber es ist eine Amoktat wir wissen nichts wir haben keine Ahnung wie die aussehen wer das war wir wissen noch nicht mal wie viele aber wir wissen es ist bestimmt Amok auf keinen Fall Terror und äh dementsprechend ist es auch so äh dass sich sicherlich sag ich mal äh die Berichterstattung wieder anpasst wenn es am Ende am Anfang zwei sind sind es dann später noch einer wahrscheinlich und äh wahrscheinlich ist es auch ein Deutscher Deutsche tun das auch ähm es werden natürlich noch Wetten angenommen bei der Geschichte und ähm dass es jetzt Duisburg ist mit einer gewissen sagen wir mal Bevölkerungsstruktur ist sicherlich Zufall es kann wirklich Zufall sein ne ich spinne jetzt mal ein bisschen also ich meine ich kann immer wieder denken aus welcher Ecke es kommt aber warten wir es mal ab vielleicht erfahren wir es wahrscheinlich nicht ich habe natürlich keine Ahnung aber natürlich könnte man Spekulationen sozusagen gerade mit den letzten Presseartikeln ne zum Terrorismus zusammenbringen könnte da Spekulationen machen aber wahrscheinlich war es Horst Günther der einfach nicht gut drauf war oder vielleicht auch jemand der schlecht gegessen hatte dazu müsste Alex das Video morgen gucken damit er versteht was ich meine ja ähm also Business as usual das ist jetzt die normale das normale die Normalität in Deutschland ich habe ja auch Videos schon dazu gemacht dass ich das Gefühl habe es ist wie eine gewalttätige Endzeit hier im Augenblick ähm ja da läuft es irgendwo rum vielleicht wird er nie gefasst und wir erfahren auch nicht viel drüber naja äh sei es drum ich halte euch auf dem Laufenden ähm ich muss noch dazu sagen wenn es zwei Leute waren frage ich mich wie oft gibt es Amok-Taten wo zwei gleichzeitig losgehen also ist eine gewagte These ne würde ich mal so sagen ist eine gewagte These aber sei es drum äh ich bleibe mal dran ich bin gespannt wenn ich wetten müsste ich glaube ich würde auch was tippen aber schauen wir mal schreibt es in den Kommentarbereich guckt euch auch den Kommentarbereich an der ist wie immer lustig äh naja so lustig sowas sein kann sag ich mal ne und das Schöne ist natürlich auch äh unsere Politiker sind für sowas gut vorbereitet ich habe es schon auf einem anderen Portal gesehen ähm da kommen halt die üblichen Floskeln die holen da so einen Zettel raus da steht dann drauf was sie sagen müssen äh wir sind tief betroffen mit der vollen Härte des Rechtsstaates und so weiter ganz schreckliche Tat äh unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und den Opfern ich denke das äh wir das jetzt überlesen können es ist das was immer passiert der Punkt ist wenn unsere Politiker sich dafür interessieren würden würden sie an den Zuständen was ändern tun sie aber nicht weil es gewollt ist so schwer es zu glauben es ist gewollt gut das war's für mich heute ich bin raus kommentiert liked teilt bitte ich freue mich über eure Unterstützung ich möchte wachsen und ihr könnt mir dabei helfen ich danke euch und auf bald das war's für mich heute ich möchte euch ich möchte euch